ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ja, der Oceta-Hend! Hey, da bin ich da! Servus! Und, alles im grünen Bereich, oder? Alles Roger in Kambodscha! Super! Geh weiter, setz dich her! Dankeschön! Was macht die Familie? Der Vater hat's ein bisschen im Kreuz! Ja, und Georgi ist momentan im Ferienlager! Ah, schön! Ja, mei! Schön, dass du da mal vorbeischauigst! Jetzt haben wir ihn schon lange nicht mehr gesehen! Ich glaub, vor zwölf Monaten oder so, he? Ja! Du, äh... Bin ich da ganz was anderes! Sag mal, wie alt bist du jetzt eigentlich? Ja, bevor die Sonne den Mund besiegt... 29? Mein Gott, hast du ein Dusl! Da kommst du noch genau in unseren A14-Raster rein! Was? Ja, du brauchst eine dynamische Risikokrankenversicherung! Schau her! Da hab ich genau das Richtige für dich! Das ist also inklusive vollem Zahnersatz! Also, für dich jetzt hier einen Zahnersatz! Schau, äh, wie schnell ist was passiert! Was machst du denn beim Schorschonenangriff? Oder wenn du da mal vom Pferd pfällst, he? Ach, Schmarrn! Wir haben einen kleinen Bär! Das ist ein super Medizinmann! Ja, den musst du privat aus deiner eigenen Tasche bezahlen! Aber er hat doch ein bissel was auf der Seite! Was denn? Dann schaut's im Silbersee! Geh, Winnetou! Das ist doch ein Festgeld! Da darfst du im Schadensfall gar nicht hin! Oh, jetzt hör auf, Otschetta-Hand! Ich bin sowieso völlig überversichert! Ich hab ja letzte Woche ein Wicke am Hausrat abgeschlossen! Bei wem? Ja, beim Revue, heißt der der Außendienstler von den Comanche, irgendwas mit alt! Schuh-Hand? Nein! Feuer-Hand? Nein! Spice! Ja, der Spice! Um Gottes Willen! Das ist doch ein riesen Arschloch! Also, pass einmal auf! Da tun wir gar nicht lange umeinander! Ich hab dir das alles ausgefüllt! Da brauchst du gerade noch da unterschreiben! Fertig! Was hast du denn jetzt auf einmal so eilig? Ich muss noch zum Ölprinz! Das hat einen Hagelschaden! Und äh... Nächste Woche, dann sprechen wir mal über Bausparverdrag heim!